Kennst du das Gefühl, wenn du morgens aufstehst und deine To-Do-Liste ist mal wieder länger, als der Tag Stunden hat? Dein Arbeitstag fühlt sich wieder an wie ein Marathon. Und dann ist es plötzlich wieder abends und deine To-Do-Liste ist gefühlt noch länger geworden. Nach dem Feierabend gehst du noch raus und tust etwas, was wirklich zählt. Training, Lesen, Reden, Lachen. Aber leider passiert das nur in deinem Kopf. Was ist, wenn ich dir sage, dass du wie so viele Menschen nur einen Bruchteil deines Potenzials nutzt? Dass dein Körper eigentlich viel mehr Energie generieren kann, als du momentan hast. Stell dir vor, es ist möglich, deinen Körper jeden Tag in seiner besten Form zu spüren. Genau das hat mich dazu bewegt, meine Karriere als Führungskraft in der Automobilindustrie hinzuschmeißen. Mein Name ist Christian Bauer und ich bin der Gründer von Ciblanko. Angefangen hat bei mir das alles ganz anders. Studium beendet und dann ging es erst richtig los mit dem Hamsterrad. Drei Jahre später startete mein größtes Projekt in China. Ein Jahr Planung, sechs Wochen Umsetzung, jeden Tag zehn Stunden ohne Wochenende. Unterstützt mit nur einer Schachtel am Tag und dem regelmäßigen Besuch in der Kneipe war das schierbar kein Problem. Das Ergebnis? Das Ergebnis? Starker Haarausfall, tiefe Augenränder, deutliches Übergewicht und aufgestiegen zur neuen Superführungskraft. Für mich war klar, dass das keine Option war. Damit fing die Geschichte der Selbstheilung an. Ich habe gefühlt jedes Buch zum Thema Körper und Regeneration durchgelesen und mir wurde schnell klar, dass es sich immer nur um die gleichen fünf Punkte dreht. Nummer eins ist Entgiftung, da durch Giftstoffe unsere Rezeptoren blockiert werden. Nummer zwei unsere mentale Einstellung, denn unser Gehirn steuert 80 Milliarden Zellen in unserem Körper. Und unsere unbewussten Gedanken haben einen direkten Einfluss auf unsere Körperfunktion. Nummer drei Mineralstoffe und Vitamine. Es ist sehr beeindruckend, was einen Einfluss der Mangel verschiedensten Mineralstoffe auf unseren Körper hat und wie leicht es ist, diesen zu beheben. Viertens elektromagnetische Strahlung oder salopp gesagt Esmog. Mit dem Fortschritt unserer Technologie nimmt unsere Umgebung mehr und mehr die Form einer Mikrowelle an. Und jetzt kommt der Beeindruckungsdefekt. Nummer fünf Kohärentes Wasser. Dr. Pollack, Professor der Universität von Washington, bezeichnete dies sehr treffend als den fitten Aggregatszustand des Wassers. Ich nenne ihn auch gerne in super Zustand. Also, wenn du jetzt Bock hast, dann klicke hier unten auf den Button und trage dich kostenlos in meinen fünftägigen E-Mail-Kurs ein. Wir sehen uns dort.